So, jetzt geht's los. Wir machen die erste Drehung, die erste Rechtsdrehung in der Salsa. Are you ready? Natürlich. Ich bin Hade Stelke, Tanzlehrer und helfe dir dabei, in Rekordzeit stressfrei ein toller, begehrter und leidenschaftlicher Tänzer und Tänzerin zu werden. Jetzt meine Tipps für dich, um jede Drehung schöner zu drehen. Wir haben da verschiedene Techniken, aber wir fangen natürlich jetzt hier mit der Basis an und wir fangen gleich mit der Basis an, dass wir natürlich, wenn wir schöner drehen wollen, auch gerade stehen müssen. Also Schultern immer zurück, locker im Knie, Bauch rein und dadurch kommt die Hüfte ein wenig nach vorne. Daran denken, versuchen immer gerade zu stehen. Ja, speziell Männer, wir haben immer das Problem, dass wir leicht nach vorne kippen. Deswegen immer dran denken, Schultern zurück, Bauch rein und locker im Knie. Und jetzt kommt gleich der beste Tipp jetzt und zwar der Kopf. Der Kopf ist 80 Prozent für jede Drehung, dass wir jede Drehung sauber drehen. Und da müssen wir dran denken, dass der Kopf immer als letztes dreht, aber als erstes wieder da ist. Ja, klingt erstmal simpel. Machen wir es nochmal. Also bis hier, immer bis zur Schulter kommt erstmal der Kopf, unser Kinn. Ja, das ist unsere erste Übung. Bis hier. Die Füße sind schon fast auf der anderen Seite. Und jetzt kommt der Kopf hinterher. Ja, das nennen wir spotten. Ja, fokussieren. Noch einmal. Also, wir drehen uns. Der Kopf dreht. Jetzt. Und dann kommt der Körper hinterher. Machen wir das mal zur anderen Seite. Der Körper dreht. Kopf bleibt. Und rum. Und dann der Körper hinterher. Jetzt aufpassen, dass nicht das passiert. Das weiß ich immer aus dem Unterricht, dass am Anfang viele immer gerne das Kinn nach oben nehmen. Ja, und so versuchen zu gucken. Versuch, dein Kinn parallel zum Boden zu behalten. Hier. Und dann rumzudrehen. Und noch einmal. Genau. Also, die Drehung ist immer dafür da, beziehungsweise der Kopf, dass wir schnell rumkommen, dass eine gewisse Dynamik da ist, aber dass uns auch nicht schwindelig wird. Wir machen es mal gemeinsam in diese Richtung. Am besten stehst du jetzt auf und mach es gleich mit. So, jetzt zur rechten Schulter und der Kopf bleibt. Such dir einen Punkt bei dir jetzt aus. Und diesen Punkt willst du jetzt sofort wieder fokussieren, nachdem wir jetzt mit dem Oberkörper, jetzt mit dem Unterkörper gedreht haben. Und jetzt wieder mit dem Kopf rumwollen. Ja. Machen wir es mal zur anderen Seite. Zur linken Schulter. Und rum. Noch einmal. Füße. Tippe erstmal. Tippe Schritte. Und rum. Und rum. Und noch mal zur rechten Schulter. Und rum. Das sieht jetzt in der normalen Rechtsdrehung so aus. Eins, zwei, drei. Jetzt die fünf, die sechs und die sieben und rum. Und gleich haben wir viel mehr Dynamik in der Drehung. Noch mal von hier. Männergrundschritt mal. Grundschritt zwei, drei, fünf. Normale Rechtsdrehung. Und eins, zwei und drei. Und fünf, sechs und sieben. Kopf haben wir. Gerade bleiben wir. Trotzdem locker im Knie. Und Füße erstmal zusammen, wenn wir ankommen. Hüfte leicht nach vorne. Und so versuchen wir jede Drehung zu drehen. Und dann ist es irgendwann egal, wie viele Drehungen wir haben. Ja. Wir können auch immer ein Side Basic vorweg nehmen. Und dann rumdrehen. Probieren wir das mal. Also wir machen mal den Side Basic. Eins, die zwei. Bereiten vor. Drehen rum. Drei und fünf, sechs und sieben. Noch einmal. Eins, zwei und drei. Und fünf, sechs, sieben. Zur anderen Seite. Auf der fünf, sechs, sieben drehen wir. Wir machen den Side Basic. Eins, zwei, drei. Fünf, sechs und rum. Sieben und eins, zwei, drei. Jetzt auch in der ganzen Drehung die Spannung im Bauch behalten. Ja. Bauch rein, Schultern zurück. Und versuchen immer mit dieser Spannung rumzudrehen. Noch einmal. Jetzt hier in dem Grundschritt. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben. Die Eins, die Zwei und die Drei und Fünf, Sechs und Sieben. Wow, das waren jetzt aber viele Drehungen. Versuche diese Drehung jetzt jeden Tag mindestens fünf Minuten auch zu Hause zu lernen. Sie braucht ein bisschen Übung. Viel Spaß damit. Im nächsten Video zeigen wir dir, auf was du unbedingt Acht geben musst, um jede Side-Verdrehung zu stehen. Viel Spaß damit.